Ja, WRC hat ein bisschen mehr wieder gezeigt, was in ihnen steckt am vergangenen Wochenende. Wie auch ein ganz, wie ein Spieler im Besonderen, nämlich Matthäus Tafferner. Also was Matthäus Tafferner für Dribblings und vor allem Pässe gespielt hat, war schon durchaus aller Ehren wert. Das ist ein bisschen so die Leistung von Matthäus Tafferner, auf die man schon seit einigen Monaten wieder wartet. Da läuft ja der Vertrag im Sommer aus und er soll im Herbst sehr viel darüber nachgedacht haben, zu welchen Vereinen er wechseln könnte. Ich habe das dann auch nochmal vollzogen, dass es im Sommer hieß, dass der HSV an ihm dran war. Da gibt es übrigens die große Blau-Weiß-Traditions-Rochade. Ah ja, das ist toll, das hast du mir geschickt. Also es werden in Deutschland vermutlich drei Blau-Weiße-Vereine absteigen von der ersten in die zweite Liga und drei Blau-Weiße-Vereine aufsteigen von der zweiten in die erste Liga. Das spricht auch sehr dafür, dass dann Blau-Weiß-Linz in Österreich mitmacht, oder? Und Hartberg absteigt. Ah ja, oje. Alter, da haben wir ja unsere Antworten jetzt. Perfekt, nein. Ah, okay. Gibt es da nicht die Blau-Weißen-Geschichten oder so? Hat es da nicht so eine Fernsehsendung gegeben? Keine Ahnung. Ich glaube, das heißt... Nein, wie auch immer. Entschuldigung, ich habe dich da unterbrochen. Matthäus Tafferner, ja, er war Thema bei Hamburg und... Bei Hamburg und war dann aber im Herbst irgendwann einmal richtig weg vom Fenster. So vom Spätsommer, muss man sagen. Da muss man sagen. Da muss man sagen, richtiges Loch drin. Richtiges Loch, so ist es richtig beurteilt. Scheint jetzt aber anscheinend wieder am Weg zurück. Der ist ja noch immer erst 22, darf man nicht vergessen. Interessanterweise übrigens ein gebürtiger Klagenfurter. Allerdings aufgewachsen in Tirol und dort auch in den Profifußball gefunden. Mit 16 Jahren übrigens Debüt unter Karl Daxbacher in der zweiten Liga bei Wacker Innsbruck. Und war damals schon am Radar des SC Freiburg. Ging dann schließlich aber im Sommer 19 zu Dynamo Dresden und wurde dort in etwa so glücklich wie Patrick Möschel oder Sascha Horwath. Da muss man halt auch sagen, Dynamo Dresden ist brutal schwierig. Und als so junger Spieler den Schritt dort hinzugehen. Also ich glaube, wenn Freiburg anklopft, dann ist das eine... Viel besser kann man es nicht erwischen. Also nicht nur, weil die jetzt tabellarisch gut dabei sind, sondern die geben jungen Spielern Zeit, die integrieren den gut, die kümmern sich um viel runter rum. Und bei Dresden ist halt richtig Druck und Druck am Kessel und Dampf. Und es ist schwierig für einen jungen Spieler, der dann nicht aus Deutschland ist, noch dazu, also in einem neuen Land. Trotzdem irgendwo wieder Kleinigkeiten sind anders als zu Hause. Die Distanz zu Freunden, Familie ist einfach weiter. Und bei Dresden ist es schon doppelt schwierig, dort drüber zu kommen. Die haben damals den Fußball umgestellt, habe ich nochmal nachrecherchiert. Also da war dann nicht mehr so spielerisch im Vordergrund, sondern eher ein harter Abstiegskampf mit hohen Bällen so in die Richtung. Und es war dann auch nicht seins und er ist ja dann im Frühjahr schon zurückgewechselt zu Wacker Innsbruck. Und dann 2020 im Sommer zum WC und war dort eigentlich meist Schamtspieler. War damals ja, kann ich mir erinnern, bei Hartberg im Gespräch. Ich hätte ihn damals auch sehr gerne bei Sturm gesehen. Ja, schauen wir mal. Wenn er so weiterspielt, ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall groß, dass er dann ablösefrei zu einem HSV-ähnlichen Verein wechseln kann. Ja, mal schauen. War jetzt wieder eine kurze Phase. Oder dieses Spiel war gut. Muss er mir halt bestätigen. Was wir letzte Woche, ich wollte schon wieder springen. Nein, ich wollte nur generell noch sagen, dass die jungen Wilden mittlerweile immer mehr gerüst werden. Also es wirkt so als chemisch Stück für Stück. Sie reden immer vom Umproponwert hier und haben gewusst, was der braucht. Vielleicht ist es so, dass Veracnik, Jasic, Omic, Tafferna, dass das die neuen Achse ist in der Hinsicht falsch, weil die nicht die Achse bilden, aber so der neue Kern wird. Das sind die Nachfolger von Lindl, Veracnik, Leitgap, der auch immer weniger Zeit bekommt, Röcher. Und er möchte auch, Robin tut nicht von jungen und alten Spielern reden, sondern von der Mannschaft einfach nur. Und dass jeder wichtig ist, und das gibt nicht nur die Jungen haben das jetzt gemacht, oder die Alten sind dies. Das war ihm extrem wichtig zu betonen, nur in Wahrheit ist es genau das, was sie machen. Sie haben Lindl weggegeben, sie haben Verniznik weggegeben, Novak spielt kaum eine Rolle, Leitgap spielt kaum eine Rolle, Kofl hat aufgehört, also man hat da sehr viel verändert. Und man gibt den Jungen das Vertrauen, auch den eigenen. Und das finde ich toll und lobenswert. Die Frage ist nur, ob die Rechnung aufgeht. Ja, die Frage ist natürlich berechtigt. Und auf die Frage, ob der Verac Abstiegskampf kann. Mein Robin tut bei uns können sowieso alle Spieler quasi noch nichts in der Hinsicht, weil sie ja weder das obere noch das untere Playoff richtig kennen. Da strottet jemand von Zuversicht. Weil neue Spieler dabei sind. Und er findet das überhaupt kein Thema. Und er meint sogar, wenn man sagt, man möchte ins obere Playoff kommen und man wäre dann mit dem sechsten Platz zufrieden, dann wäre das ja komplett, dann ist ihm zehnmal lieber, er wird siebter im unteren Playoff, weil dann kann er zumindest noch Europäisch spielen. Und der Ansatz hat mir ganz gut gefallen, dass man sagt, nicht nur, weil man oben dabei ist und quasi nicht mehr absteigen kann, passt das. Sondern man möchte schon auch oben Fünfter zumindest werden, um eine Möglichkeit zu haben, international zu spielen. Was ist das wahre Gesicht der Wiener Austria? Ach so, das ist kein Quiz. Das war die Frage eigentlich tatsächlich für den Teil des Abstiegskampfes, die ja gegen die Austria aus Lustenau verloren haben, jetzt mit 0 zu 1. Haris Tabakowitsch an jenem Ort, an dem er gefühlt in jedem Spiel drei Tore geschossen hat, wieder, muss man vielleicht leider sagen, mit Ladehemmung, nachdem er ihn in der Vorwoche zweimal getroffen hat, durchaus sehenswert. Ja, unglückliche Niederlage für die Austria, die natürlich unfassbare Verletzungssorgen haben. Also Dominik Vitz kam ja jetzt noch dazu, der wird jetzt auch einige Wochen ausfallen. Und dann,